Vor ein paar Tagen habe ich durch wirklichen Zufall eine Webseite entdeckt namens Elevenlabs, bei der man anscheinend seine Videos auf Englisch übersetzen kann. Und da ich nur den Freeplan habe und nur 10.000 Charaktere bzw. Buchstaben, Leerzeichen, Punkte usw. übersetzen kann, habe ich mir gedacht, ich nutze den Song, den ich mal gemacht habe, den Lila Münzen Song. Und was draus geworden ist, seht ihr jetzt, ich habe es mir nicht angeschaut, deshalb wenn es scheiße ist, ist dir eigentlich schuld, aber wie gesagt, viel Spaß mit dem Lied. Ich habe es nicht angeschaut, aber wie gesagt, ich habe es nicht angeschaut, weil ich nicht angeschaut habe, Das macht es so absurd, Es ist keine seriousness für die Leute, crying, blanking, missing, destroying, dancing, fooling, I run, I jump, we are the only, and then we say again, because the needs are so bad, but they are nice. Copyright WDR 2020. Copyright WDR 2020. Now I am on the mission, the Leland coins are there, they want to train me, but I am ready for it. I go on the search, I collect them alone, we have a kingdom, these I strive, and I'm in kill. Subtitles by the Amardo community. I get to start all over again, and they went ahead, the next day was the humble or something. Subtitles by the Amardo community. And then, I jump, I die, and here we are again, because high schools were so bad, and she had her heart in the clothes, I want to jump, I want to die, and here we are again, because people want so far of life. Please.